Ja, ich glaube, das Thema wurde jetzt gesagt, ich habe mir jetzt erst mal den Weizenbier gewohnt irgendwie. Das ist nämlich heute mein letzter Akt als Organisator der Java-In-Symbol-Bier. Ich wollte das jetzt so aufgehört, wie es auch angefangen hat, den Trap, weizst du nichts mit dem Weizenbier. Aber ja, das ist schon die letzte Zeit, haben ja die anderen Organisator eigentlich das Weizen gemacht. Aber es freut mich auch, dass jeweiliger Kollege Joschi heute da ist, der uns was sucht, Web-Services. Ja, Early Adopter würde ich sagen hier und mittlerweile Main-Trainer von Drop Wizard. Zwei Sachen noch, der Michael hat diese schönen Flyer schon vor längerer Zeit gemacht für die Joe-Karls-Ruhe. Vielleicht hat jemand Lust, noch welche mitzunehmen und im Unternehmen auszulegen oder so, also um noch ein bisschen Werbung für uns zu machen. Und dieses Jahr findet auch wieder Java-Land statt, die Konferenz der deutschen Java-In-Brucks oder so. Ja, das ist sehr cool, oder? Ja, und die Achterwahl. Ja, die Achterwahl und die Zimmer. Also hier gerne so ein Programm mitnehmen. Es gibt auch einen Rabatt für Mitglieder der Java-User-Brucks hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man da dafür tun muss. Wahrscheinlich am besten den Michael-Pries fragen. Ich weiß es nicht. Am besten den Michael-Pries fragen. Wir haben in, glaube ich, zwei Wochen auch noch einen sehr interessanten Workshop zu J-Unit 5, wo ich auch gern teilnehmen würde. Aber leider ist der ausgebucht. Trotzdem, es kann sein, dass sich da noch Leute abmelden. Immer mal wieder auf die Seite drauf gucken, ob noch ein Platz frei wird. Aber das wird sicher sehr cool. Irgendwie so dreieinhalb Stunden auch mit einem von den Maintainer von J-Unit. Das ist sicher sehr interessant. Das war es von meiner Seite. Viel Spaß mit Joschi. Mit Joschi. Genau. Genau. Wie es der Titelslide auch schon sagt, ich erzähle euch heute was zu Webservices mit dem Job-Wizard-Framework. Eins vorne weg. Wenn ihr Fragen habt, einfach mitten reinfragen. Wenn was schlecht verständlich ist, einfach kurz melden. Wenn ich zu schnell oder zu langsam rede, dann bitte auch. Und los geht's. So. Das ist ein Screenshot von der aktuellen Job-Wizard-Webseite. Da stehen jetzt ein paar Sachen drauf, auf die wir mal kurz im Detail eingehen werden. Das ist... Job-Wizard ist ein Java-Framework für Developing Ops-Friendly High-Performance RESTful Web Services. Irgendjemand müsste jetzt Bingo schreien, aber anscheinend wurden die Kärtchen nicht ausgeteilt. Auch gut. Genau. Das erstmal so als Scope von Drop Wizard. Also es ist jetzt nicht geeignet, um irgendwelche Enterprise-Integration-Patterns zu implementieren. Es ist vielleicht auch nicht geeignet dafür, einen leichtgewichtigen Cron-Job zu schreiben. Sondern es ist tatsächlich dafür konzipiert, Web-Anwendungen in Java zu schreiben, die diversen Anforderungen genügen. Wie zum Beispiel gute Performance, HTTP bzw. RESTful Interface. Und dass die IT-Operations-Leute auch Spaß damit haben. Was noch auf der Seite stand, ist... Job-Wizard pulls together stable major libraries from the Java-Ecosystem into a simple lightweight package that lets you focus on getting things done. Auch ganz wichtig, Drop Wizard versucht, bekannte und vor allem stabile Bibliotheken vorzukonfigurieren und bereitzustellen. Sodass man sich nicht mehr um die Konfiguration der einzelnen Bibliotheken kümmern muss. Und dass auch alle wunderbar miteinander integriert sind. Kurz gesagt, damit man auch mal irgendwie scheiß gebacken kriegt. Das sind jetzt so ein paar der Features, die Job-Wizard out of the box anbietet. Zum Beispiel ein einständiges Konfigurations-Framework. Anständige Metriken für die Anwendung. Operational Tools. Also, dass der IT-Betrieb auch im laufenden Betrieb der Anwendung Einsicht bekommt, was in der Anwendung passiert. Und auch, dass eingeschränkt steuern kann, was da passiert. Und eben ganz wichtig, hier Production Quality Web Services. So, das nur als kleiner Hinweis. Es gibt auch die Metrics-Bibliothek. Mittlerweile heißt die Drop Wizard-Metrics. Das nur so als Hinweis. Also, wenn ich von Metrics rede, dann meine ich diese Bibliothek. So. Eine ganz kurze Geschichte des Frameworks. Also, gestartet wurde es bei der Firma Yammer. Das ist eine US-Firma. Die wurde vor einigen Jahren von Microsoft aufgekauft. Dort gestartet ist es im Prinzip wie die meisten Frameworks. Man hat einfach mal angeschaut, was die Anwendungen für gemeinsame Code-Stücke haben. Und die dann extrahiert in ein Framework, sodass nicht alles immer wieder neu zusammen kopiert werden muss. Oder dass es auch gesondert veröffentlicht werden kann. Da sind wir auch schon beim ersten Release. Das war Ende 2011. Ist also auch schon eine Weile her. Ein eigenständiges Projekt ist Drop Wizard seit 2014. Da hat es sich dann praktisch von Yammer emanzipiert. Und ist auch unter einer eigenen GitHub-Orga zu finden und so weiter. Das heißt, auch Yammer ist da nicht mehr der primäre Contributor zu dem Framework. Das aktuelle Release ist Drop Wizard 1.0.5. Das ist Stand heute. Drop Wizard 1.1 kommt wahrscheinlich Ende Januar raus. Zack. Warum solltet ihr jetzt Drop Wizard einsetzen und nicht das letzte Node.js Webfremdwerk zum Beispiel? Also erstens, weil JavaScript ist, aber ist klar. Also Drop Wizard, wie schon gesagt, bringt viele Standardkomponenten mit. Viele stabile Bibliotheken, die bekannt sind, bewährt sind. Die auch vielleicht von mehr als einer Person entwickelt werden. Das heißt, da ist dann der Boost-Faktor gegebenenfalls ein bisschen kleiner. Und die Chancen sind gut, dass ihr die Bibliotheken vielleicht auch schon mal benutzt habt. Und auch wichtig, dass alle Teile integriert sind. Das heißt, ihr müsst da nicht mehr 50 Dependencies reinziehen, nur damit dann die Optional-Klasse von Guava zum Beispiel mit Hibernate funktioniert. Das ist da alles schon voreingerichtet. Dann die Dokumentation ist recht gut, habe ich gehört. Also ich bin da ein bisschen biased, weil ich da auch Teile von geschrieben habe. Aber ich habe gehört, die Dokumentation ist gut, dass man sich da als Anfänger gut reinfindet. Müsst ihr entscheiden, ob das so ist. Man kann in großen Teilen Java EE-Wissen wiederverwenden. Bevor jetzt einige sagen, oh Gott, nein, Java EE. Das bezieht sich hauptsächlich auf JAX-IS. Jersey, das ist das JAX-IS. Framework, das von JobWizard verwendet wird. Kennen vielleicht die meisten, die schon mal Java Web Services geschrieben haben. Entweder das oder wahrscheinlich Spring MVC. Es ist wie gesagt Operations-Friendly. Da kommen wir dann nachher nochmal ganz kurz drauf, wie das im Detail aussieht. Was es allgemein heißt, ist, dass man sich nicht um die ganzen Kleinigkeiten kümmern muss, wie anständiges Deployment für den IT-Betrieb oder Metriken zu erheben von der Anwendung oder auch zum Beispiel solche großfunktionalen Anforderungen wie Logging umzusetzen. Das ist in JobWizard alles auch schon vorhanden und kann einfach genutzt werden. Und dann für die Business-Leute, spätestens jetzt muss einer Bingo schreien, kurze Time-to-Market. Also es ist dafür gemacht, dass man sich A, recht schnell in das Framework einfindet und B, dass Anwendungen hauptsächlich aus Business-Logik bestehen können und sich nicht um das Drumherum kümmern müssen. Ich habe das einfach mal langweilige Technologien genannt, weil wie gesagt, es sind in der Regel stabile und auch schon etwas ältere Bibliotheken, die zwar immer noch maintained werden und auch immer noch weiterentwickelt werden, aber die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Jetty wird als Web-Server benutzt. Jetty ist im Wesentlichen ein Surflet-Container, ähnlich wie Apache Tomcat zum Beispiel. Jersey hatte ich schon erwähnt, das ist als Web-Framework. Obendrauf ganz normal JAX-RS. Für Serialisierung und Deserialisierung von Daten wird JAX-S benutzt, was entgegen landläufiger Meinung nicht nur für JSON gut ist, sondern alle möglichen Formate kann. Logging-Frameworks wird Logback eingesetzt und als Fassade dafür SLF4J, FreeMarker-Moustache für Templates und JDBI oder Hibernate-ORM für die Persistenz. Also mindestens mal zwei, drei davon könntet ihr schon mal gehört haben oder im besten Fall sogar schon eingesetzt. Dann noch weiter, ja, ein paar weitere. Guava als erweiterte Java-Klassenbibliothek, Hibernate-Validator für die Validierung von Java-Beans, Liquibase für Datenbank-Migrationen, was dann auch wieder in Richtung Ops-Freundlichkeit geht, denn manuelle Änderungen in Datenbanken sind sowas von 2005. Guter Support für Tests. JUnit wird da besonders unterstützt und vieles mehr, aber da kommen wir dann wieder auf die wunderbare Dokumentation zurück. Genau. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie so eine Job-Wizard-Anwendung aussehen kann. Das sind jetzt nur ein paar Codeschnipsel. Ich komme dann nachher noch zu einem konkreten Beispiel. Es sind ganz normale Java-Klassen mit einer Main-Methode, in der dann die Framework-Klasse aufgerufen wird. Es findet keine Code-Generierung statt, das heißt, ihr müsst dann auch keine Maven- oder Gradle-Kommandos ausführen, nur damit irgendwelche Klassen erzeugt werden. Und es gibt keine Annotations-Magic im Framework selbst, höchstens das, was zum Beispiel von Jersey mitgeliefert wird oder das, was bei Hibernate ORM sonst so anfällt. Kann das jeder sehen? Oder ist das vom Kontrast her schlecht? Sehr gut. Also, das ist eine ganz normale Job-Wizard-Anwendung. Das ist jetzt tatsächlich auch aus der Demo rauskopiert, die ich nachher zeigen werde. Wie gesagt, das ist eine normale Java-Klasse mit einer stinknormalen Main-Methode, in der dann die Application-Klasse aufgerufen wird. Ihr müsst lediglich für die Klasse zum Beispiel von der Application-Klasse ableiten. Und was Demo-Configuration ist, das zeige ich dann auch gleich nochmal. Es gibt im Wesentlichen eine Methode, die implementiert werden muss. Das ist die Run-Methode. Initialize ist optional. Hier finden initialisierende Vorgänge statt, wie zum Beispiel Job-Wizard-Extensions hinzufügen oder zusätzliche Konfigurations-Schnipsel hinzufügen. Im Run, in der Run-Methode, findet dann tatsächlich die Konfiguration der Anwendung an sich statt, also wo dann die Ressourcen- und Klassen- und Datenbankverbindungen aufgebaut und zusammengestöpfelt werden. Ganz kurz, das sind jetzt nur Beispiele. Hier gesagt, in der Initialize-Methode zum Beispiel, dieses Add Bundle. Bundle ist der Terminus in Job-Wizard für eine Erweiterung, die ja hinzugefügt werden kann. Und Command ist im Wesentlichen nur ein Command-Line-Tool, das man dann ausführen kann. Das zeige ich dann nachher auch nochmal. In der Run-Methode wird dann, wie gesagt, zum Beispiel eine JAX-RS-Ressource registriert. Man kann Managed-Lifecycle-Objekte registrieren. Das heißt, die werden dann, wenn der Container startet, werden die gestartet, wird eine Methode aufgerufen. Und wenn der Container gestoppt wird, wird eine andere Methode aufgerufen. Das eignet sich zum Beispiel für Database-Pools oder wenn man einen Cache vorwerben will, solche Geschichten. Es gibt Health-Checks, also kurze Prüfungen, ob die Anwendung selbst denkt, dass sie funktioniert. Da kommen wir später dann nochmal ganz kurz genauer drauf. Und Admin-Tasks. Das ist das, was dann die Operations-Leute im Zweifel ausführen können, während die Anwendung läuft. Genau. Dann die Demo-Configuration, die vorher genannt wurde. Das war die Typisierung bei der Application-Klasse, die angegeben war. Die dient letztlich nur dazu, eigene, also anwendungsspezifische Konfigurationseinstellungen verfügbar zu machen. Wenn man gar keine eigenen Einstellungen für eine Anwendung braucht, dann reicht auch die normale Configuration-Klasse, in der dann so Sachen wie Port und IP-Adresse für den Web-Server angegeben werden. Oder auch zum Beispiel die Konfiguration von dem Logging-Framework. In den Konfigurationsklassen können Java-X-Validation-Annotationen benutzt werden. In dem Fall ist es jetzt eine von Hibernate-Validator, die einfach nur sicherstellt, dass zum Beispiel dieser String-Custom-Setting überhaupt einen Inhalt hat und nicht nur aus einem leeren String oder Leerzeichen besteht. Dann eine der Ressourcen, die vorhin da in dem Beispiel registriert wurde, das ist eine ganz normale JAX-IS-Ressource. Also wer jemals irgendwie Java EE in der Hand hatte oder JAX-IS sonst irgendwie, so sieht eine Klasse aus. Da ist jetzt bis auf eine Kleinigkeit überhaupt nichts Drop Wizard-Spezifisches drin. Das Einzige, was spezifisch für Drop Wizard ist, ist diese Timed-Annotation, die dafür sorgt, dass Metriken für diese Methode, also in dem Fall jetzt ein Get-Aufruf auf Slash Echo übers Web, dass dafür einige Metriken erzeugt werden und dann auch aufgezeichnet werden. Ansonsten ist es eine Standard JAX-IS-Ressource. Weil es immer wichtiger wird, Tests werden natürlich auch extensiv unterstützt von Drop Wizard in diversen Grobheitsstufen. Standard-Unit-Tests gehen natürlich auch, aber natürlich auch Tests für die JAX-IS-Ressourcen, die ihr erstellt, Integration-Tests von den kompletten Anwendungen oder auch Client-Tests. Also wenn man mit einer Client-Erweiterung von Drop Wizard dann Clients für andere Services schreibt, die HTTP unterstützen, kann man die damit dann auch end-to-end testen. Wie das als Beispiel jetzt aussieht, das ist jetzt auch aus der Demo-Anwendung herausgenommen. Das ist eine ganz normale JUnit-Testklasse. Es gibt eine Class-Rule, die dafür sorgt, dass die Ressource anständig angebunden wird. Und alles Weitere ist im Prinzip auch Standard. Das könnt ihr fast ignorieren. Das ist im Wesentlichen einfach nur die Deklaration von dem Objekt, das ich dann erwarte, wenn ich dagegen teste. Und hier passiert der tatsächliche Aufruf. Es gibt einen Client, der ist im Wesentlichen ein Jersey-Client. Der ruft eine Ressource auf, in dem Fall slash ping. Und das Ergebnis wird dann überprüft, ob das dem entspricht, was ich erwarte. Soweit, so gut. Das ist also ein Ressourcetest. Dabei wird noch kein Container gestartet in den Testdurchläufen, sondern da wird im Prinzip ein In-Memory-Container laufen gelassen, sodass diese Art von Tests ziemlich schnell ablaufen. Das heißt, da kann man dann auch zahlreiche von schreiben. Wenn man einen End-to-End-Test haben will, kann man die App-Rule benutzen. Das ist auch wieder eine Rule für JUnit. Ganz kurz, weiß jeder, was JUnit-Rules sind? Wer ist nicht? Okay. JUnit-Test-Runner kennt ihr aber, oder? Also einen JUnit-Test-Runner, davon kann ich jeweils nur einen angeben. Der sorgt dann dafür, dass wenn Tests initialisiert werden oder wenn sie ausgewertet werden, dass man dann einen eigenen Code ausführen kann. Das machen in der Regel Frameworks, wie zum Beispiel Spring. Also es gibt den Spring JUnit-Runner, heißt er, glaube ich, mit dem dann zum Beispiel ein Spring-Kontext hochgefahren wird und dagegen Tests gefahren werden können. In dem Fall, eine Rule kann eine von mehreren sein. In dem Fall wird die Class-Rule einmal am Anfang von dieser Testklasse initialisiert und hat auch entsprechende Hooks in den Testablauf. Das heißt, in dem Fall wird beim Initialisieren der Klasse dann auch die Job-Visert-Anwendung gestartet mit der Demo-Test-Config-Datei. Wird gestartet, wird zur Verfügung gestellt und wenn alle Tests durchgelaufen sind von der Klasse, dann wird diese Anwendung wieder sauber runtergefahren. Das ist im Wesentlichen das, was das macht, was dazu führt, dass wir tatsächlich auch relativ einfach End-to-End-Tests schreiben können. In dem Fall, wie gesagt, wird die Anwendung gestartet und wir benutzen wieder einen Jersey-Client an dem Punkt, um unter dieser URL, die da zusammengebaut wird, einen ganz normalen Request zu machen und zu schauen, ob das, was ich zurückkriege, mit dem übereinstimmt, was ich haben will. Also letztlich tatsächlich ein End-to-End-Test. Ich kann damit auch nicht nur Web-Ressourcen testen, sondern eigentlich jeden Aspekt der Anwendung. Aber in dem Beispiel ist es jetzt tatsächlich dann auch wieder einfach ein Aufruf beziehungsweise ein Test von der Web-Ressource. Genau. Happy-Tests. Also viel schreiben. So. Das Operations-Friendly wurde schon häufiger genannt. Da möchte ich auch ganz kurz darauf eingehen, was das denn tatsächlich bedeutet. Zum einen gibt es die Health-Checks, die, wie vorhin ganz kurz erwähnt, kurze Prüfungen ablaufen lassen, mit denen die Anwendung testen kann, ob sie selber lauffähig ist oder ob sie denkt, dass sie lauffähig ist. Das kann zum Beispiel sein, prüfen, ob eine Datenbankverbindung vorhanden ist. Das kann sein, prüfen, ob ein Remote-Service, also ein über Netzwerk erreichbarer anderer Service erreichbar ist oder zum Beispiel auch, ob der Cache vorgewärmt wurde. Dann gibt es Tasks. Das sind einfach nur ausführbare Aktionen, die der IT-Betrieb dann ausführen kann, während die Anwendung läuft. Die können beliebige Aktionen durchführen im Prinzip. Commands sind das gleiche in grün, nur dass sie über die Kommandozeile aufgerufen werden können, also sprich im Rahmen von einem Service-Start-Skript oder sonstiger Configuration-Management-Lösungen, wie zum Beispiel prüfen, ob die aktuelle Konfiguration von dem Service gültig ist oder ob die Schreibfehler oder Syntaxfehler enthält. Es werden automatisch Metriken bereitgestellt über die Anwendung. Das reicht von Daten der JVM, zum Beispiel wie viel Speicher verbraucht wird, über die Anzahl der Ressourcen, die geladen wurden und wie oft die aufgerufen wurden. Ja? Also die Frage war, ob die Tasks nur für die Administratoren verfügbar sind oder ob die auch abgesichert werden können und was typischerweise so ein Task machen würde. Ja, also es gibt zwei Listener in Drop Wizard by Default. Kann man konfigurieren, dass alles auf dem Gleichen läuft, aber per Default sind das zwei. Auf dem einen läuft die ganz normale Anwendung und das andere ist der Admin-Listener, wo diese administrativen Funktionen, also zum Beispiel Ausführen der Tasks, Ausführen der Health Checks, Abrufen der Metriken zum Beispiel, wo das bereitgestellt wird. Das kann dann separat abgesichert werden, zum Beispiel, dass es nur in ein internes Netzwerk verfügbar ist oder auch ganz normal mit User Credentials, also Basic Authentication via HTTP zum Beispiel, kann da auch abgesichert werden. Man kann das auch alles, wie gesagt, auf dem gleichen Listener laufen lassen, dann muss ich da nicht zwei Ports konfigurieren und bereitstellen. Und typischerweise würde so ein Task vielleicht einen Cache leeren oder einen Cache vorwärmen, solche Geschichten. Oder vielleicht auch, was vielleicht sinnvoll ist, wenn aus einem wiederkehrenden Job zum Beispiel irgendwelche Aktionen ausgeführt werden müssen, dann kann der Task aufgerufen werden in der laufenden Anwendung und hat dann auch Zugriff auf den kompletten Kontext der Anwendung, also alle Objekte, die darin existieren. So, bei Metriken waren wir. Genau, Metriken, ganz normale JVM-Laufzeitdaten, wie zum Beispiel, wie viel Heapspeicher gerade frei ist, wie viel verbraucht wurde, wie viel maximal verbraucht wurde, Timings zu den ganzen Web-Ressourcen werden darin angeboten. Es werden Statistiken angeboten, wie viele Requests insgesamt erfolgreich waren, wie viele fehlerhafte Responses geliefert haben und das Ganze dann auch noch schön mit Histogrammen versehen, dass man das auch historisch ein wenig ermitteln kann. Also alles, worüber sich die Leute im IT-Betrieb freuen und woraus wunderschöne bunte Graphen mit Graphite und Ähnlichem erzeugt werden können. Gut konfigurierbares Logging, es ist wie gesagt alles relativ gut integriert. Logback wird als Logframework benutzt. Ich weiß nicht, kennt irgendjemand Logback? Okay, immerhin ein paar. Ist aber auch gar nicht wichtig, das muss man nämlich bei Drop Wizard nicht wissen, sondern das kann ganz normal über die Konfigurationsdatei konfiguriert werden und man muss sich dann nicht mit irgendwelchen XML-Dateien beschäftigen, um Appender zum Beispiel oder das Logformat zu bestimmen. Genau, und Deployment als einfache JAR-Datei, das heißt, es fällt per Default ein Über-JAR raus, das alle Abhängigkeiten enthält und kein WAR-Archiv oder EAR-Archiv, das dann erst noch in irgendeinen Surflate-Container deployed werden müsste. Das heißt, der IT-Betrieb kriegt im Wesentlichen zwei Dateien. Das eine ist die JAR-Datei, die den kompletten Service enthält und vielleicht ein Template für die Konfigurationsdatei oder eine komplette Konfigurationsdatei für den Dienst, mit der er dann ausgeführt werden kann. So, ganz kurz, wie diese Health-Checks implementiert werden können. Das ist ziemlich einfach. Es wird einfach nur eine Klasse erstellt, die das Health-Check-Interface implementiert. Und das ist genau eine Methode, nämlich Check. Was Check macht, liegt dann ganz an euch. Kann zum Beispiel prüfen, ob die Datenbank da ist oder ob irgendein Zustand erreicht ist, der erreicht sein muss, damit der Service läuft. In der Regel werden es tatsächlich dann auch prüfen, ob die Datenbank da ist und ob Abfragen an die Datenbank überhaupt erfolgen können. Genau. In dem Fall ist es jetzt relativ einfach. Es gibt hier diesen einen Store und wenn der läuft, dann ist das Rückgabeergebnis von diesem Health-Check gesund. Hier ist Store okay. Und wenn er nicht läuft, dann ist das unhealthy. Wie das dann auf dem Interface tatsächlich aussieht, wenn man den aufruft, ist nicht so, sondern so. Also im Wesentlichen kommt einfach nur eine Antwort als JSON zurück. Hier dieser Deadlocks-Health-Check, der ist automatisch von Job Wizard mit dabei. Der prüft, ob es irgendwelche Threads gibt in der Anwendung, die gerade in einem Deadlock sind, sprich die einfach tot sind und nichts mehr machen können. Und diese anderen beiden Health-Checks, also Store-Health, das war der, den wir gerade eben gesehen haben und Demo-Health, das sind zwei Health-Checks, die ich für die Demo-Anwendung hinzugefügt habe. Da könnten jetzt 20, 30, 40 stehen. In der Regel werden es wahrscheinlich 5 sein. Oder 12. Die Frage ist, ob die Health-Checks synchron ablaufen, also ob sie blockieren, wenn die URL aufgerufen wird. Ja, tun sie. Das heißt, sie sollten auch nicht stundenlang laufen. Genau. Genau. Das können sie natürlich auch machen, ist aber nicht so sinnvoll, weil, wenn wir gerade noch mal kurz zurückgehen, die Methode wartet halt tatsächlich drauf, dass ein Result zurückkommt. Was innerhalb der Methode passiert, ist letztlich egal. Also wenn du da irgendwie Nachrichten an Aktoren schicken willst, warten, bis sie zurückkommen oder irgendwie sowas, kannst du das machen. Die Health-Checks sollten aber eigentlich relativ schnell ablaufen, weil das normalerweise dann auch eben das ist, was in ein Monitoring-System kommt. So, dann die erwähnten Tasks. Auch das ganz einfach. Es gibt ein Interface, das nennt sich Task. Das hat genau eine Methode, die nennt sich Execute. Und was mitgeliefert wird, sind A, die Parameter, die bei dem HTTP-Aufruf mitgeliefert wurden und dann ein Printwriter-Output, der dann einfach nur die Ausgabe, was übers Web zurückgeliefert wird. In dem Fall würden jetzt einfach nur die Parameter ausgegeben werden. Und wenn man das dann ausführt, sieht das zum Beispiel so aus. In dem Fall sind es jetzt einfach zwei Parameter, beide namens Param und mit zwei Werten und die werden auch zurückgeliefert. Also das könnte beliebige Aktionen auslösen, wie zum Beispiel das Leeren oder das Vorwärmen eines Caches oder das Anlegen von Demo-Datensätzen in der Datenbank. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und Commands, wie schon erwähnt, das Gleiche in grün, nur dass sie eben statt über die HTTP-Admin-Schnittstelle verfügbar zu sein, werden die dann über die Kommandozeile ausgeführt und es werden dann die entsprechenden Klassen mitgeliefert. Also zum Beispiel in dem Fall die Konfiguration des Services, mit dem man das machen kann. In dem Fall auch ein bisschen langweilig. Es gibt einfach nur zwei Werte aus der Konfiguration aus. In dem Fall sieht das dann so aus, wenn man das ausführt. Auch hier gerade nochmal zu sehen, es ist einfach nur ein Jar. Also ich muss keinen großartig langen Classpath angeben, sondern es ist tatsächlich alles in dieser einen Jar-Datei enthalten. Alle Abhängigkeiten sind drin und ich kann dann direkt mit den Parametern, in dem Fall Greed, das ist der Name des Kommandos, und die Konfig-Datei fortführen. Das hier unten ist dann die Ausgabe. Mitgeliefert wird neben anderen Kommandos unter anderem das Check-Command, was einfach nur prüft, ob die aktuelle Konfiguration gültig ist oder Schreibfehler enthält. In dem Fall jetzt beim ersten Aufruf ist alles okay, beim zweiten Aufruf gibt es einen Schreibfehler für die Einstellung Speaker Name. und weil Drop Wizard nett ist, versucht es einem dann auch noch zu sagen, wie sie denn tatsächlich heißen könnte. Aber das ist eigentlich nur Spielerei und kommt hoffentlich nicht vor. Also die Frage war, woher Drop Wizard denn weiß, ob eine Konfiguration valide ist, ob die syntaktisch richtig ist. Also was Drop Wizard nicht macht, mit dem Check-Command zumindest, dafür kannst du aber auch ein eigenes Kommando schreiben. Was es mit dem Check-Command einfach nur macht, schaut, ob es syntaktisch gültig ist und die Einstellungen werden in dieser Configuration-Klasse, die du vorhin gesehen hast, bereitgestellt. Also in dem Fall gibt es jetzt zum Beispiel eine Variable oder ein Feld namens Speaker Name in der Konfigurationsklasse und das hat diverse Constraints von Hypernet Validator zum Beispiel, dass es gefüllt sein muss und kein leerer String sein darf und dadurch weiß Drop Wizard zum einen, wie die Einstellungen heißen müssen. Das heißt, es plärrt sofort rum, wenn es Einstellungen findet, die es nicht kennt, in dem Fall jetzt hier Speaker Name und versucht dann anhand von einem ganz, von einem recht primitiven Matching herauszufinden, wie die Einstellung heißen könnte. Wenn da jetzt FUBAR stünde, dann würde auch kein Vorschlag kommen. Genau, und inhaltlich, wie die Einstellungen syntaktisch aussehen müssen, weiß es eben anhand dieser Constraints von Hypernet. Oder auch zum Beispiel, wenn ich einen numerischen Wert haben möchte und aber ein String in der Konfigurationsdatei steht, dann plärrt es genauso rum. So, da war noch eine Frage? Das normale Vorgehen wäre allerdings wahrscheinlich, dass man, also, da man das auch standalone ausführen kann, das normale Vorgehen wäre, dass man da aber auch die Serveranwendung verwendet dafür, oder? Damit man nicht irgendwie den Unterschied hat, irgendwie das unter Umständen die Konfiguration anders ist als zu dem? Das ist zum einen ein Vorteil von einem Drop Wizard Framework, die Konfiguration ist dann immer gleich. Also, außer man arbeitet am Framework vorbei, aber in der Regel, wenn man sich an die Frameworkklassen und alles hält, ist das die gleiche Konfiguration. Und dieses Kommando spezifisch jetzt würde man zum Beispiel in einem Start-Skript oder Service-Skript generell verwenden, das dafür genutzt wird, den Service erstmal zu starten. Oder angenommen, wir machen einen Upgrade von dem Service, dann möchte ich prüfen, ob die Konfigurationsdatei gültig ist und mit der neuen Version funktioniert, bevor ich den alten Service stoppe. Okay, woran ich jetzt gedacht hätte wäre, okay, dass man halt ein Kommando hat, was zum Beispiel die Datenbank geeinigt oder sowas, was man ja wahrscheinlich auch als eigene Anwendung heraufgaben könnte, was auch die gleichen Datenbank zu treibt, aber man sollte wahrscheinlich das immer eigentlich nur über die Serveranwendung heraufgaben. Also die Frage ist, ob größere Aktionen, wie zum Beispiel das Erstellen von der Datenbank oder das Lernen von der Datenbank auch über so Kommandozeilen, Commands abgebildet werden sollte oder lieber über Tasks, zum Beispiel in der Serveranwendung oder irgendwas anderes, kommt auf deine Vorlieben an. Gerade im Falle von Datenbanken gibt es eine Integration mit Liquibase, da gibt es dann die entsprechenden Kommandos, wenn man das mit einbindet, um eine Datenbank anzulegen, um eine Datenbank abzugraden und so weiter. Das gibt es tatsächlich schon vorgefertigt. Wenn du andere Sachen machen willst, ist, wie gesagt, ist Vorliebe. Meiner Meinung nach, wenn es solche Command-Line-Interfaces gibt, dann ist es das, was halt normalerweise der IT-Betrieb macht, wenn ein Virtual Machine Image oder ein Docker-Image zum Beispiel gebaut wird, was dann da ausgeführt wird, zum Beispiel sicherstellen, dass die Konfiguration, die ich mit in die virtuelle Maschine backe, gültig ist, bevor sie dann fertig und deployed wird. Und die Sachen, die über das Web angeboten werden, also zum Beispiel über die Admin-Schnittstelle, das sind Sachen, die im Betrieb abgerufen werden müssen. Das sollten auch Sachen sein, die vielleicht nicht unbedingt so lange dauern und bei der die Anwendung auch nicht gestoppt sein muss. Wenn ich jetzt die Datenbank aktualisiere und irgendwelche Schemata ändere, kann es sein, dass ich die Anwendung vielleicht neu starten sollte. Je nachdem, wie es implementiert ist. Genau. Und Metrics, vorhin schon kurz erwähnt, das hier ist jetzt ein Beispiel für eine einzige. Das war die Metered-Annotation, die wir an der Beispielressource vorhin gesehen haben. Die erzeugt genau sowas. Also sie zählt, wie oft die Ressource aufgerufen wurde, beziehungsweise dieser eine Request gemacht wurde. Es gibt die Rate an, wie oft das in der letzten Minute, in den letzten fünf Minuten oder in den letzten 15 Minuten passiert ist. Also so ähnlich wie die Load Average auf Unix-Systemen. Es gibt die durchschnittliche Aufrufrate an, in dem Fall waren es jetzt 0,73 Events pro Sekunde. Das, was ich halt in der Shell dann abgefeuert habe, damit da überhaupt was drinsteht. Die Metriken, das ist jetzt das DropWizard-Metrics-Framework. Da gibt es Reporter, also die diese Metriken dann exportieren für Graphite, InfluxDB, Prometheus, für Cassandra. Es gibt welche, die es einfach nur auf der Konsole ausgeben, also alles Mögliche. Wenn ihr irgendein System habt, das eh schon Metriken einsammelt, dann ist die Chance ziemlich gut, dass das auch schon unterstützt wird. So. Ich habe eine kleine Demo-Applikation gebaut. Das meiste davon, was wichtig ist, habt ihr jetzt schon gesehen, deswegen wird das dann auch hoffentlich relativ schnell laufen. Das ist eine kleine Anwendung, also das ist natürlich ein Microservice. Ich habe keine relationale Datenbank angebunden, sondern eine Hashmap benutzt, deswegen ist das NoSQL. Es ist DevOps-friendly, weil Job Wizard liefert das natürlich auch schon mit. Da muss man gar nichts mehr machen. Und ganz ehrlich, warum keiner Bingo schreit? So. Also, so sieht eine Anwendung aus, die auch ein bisschen was macht, im Gegensatz zu dem Skelett, das wir jetzt gerade eben in den Slides gesehen haben. Das Wichtigste habt ihr schon gesehen, hier ganz normal die Main-Methode, die dann die Anwendungsklasse einfach nur initialisiert und die Run-Methode aufruft. Es gibt die Initialize-Methode, wo diverse Erweiterungen angebunden werden. In dem Fall jetzt das Asset-Bundle, was einfach nur statische Inhalte übers Web ausliefert, also zum Beispiel Bilddateien oder CSS-Stylesheets, irgendwie sowas in die Richtung. Es fügt ein View-Bundle hinzu, was dafür zuständig ist, dass Templates, in dem Fall jetzt via Mustache, genutzt werden können. Es fügt Swagger hinzu. Hat irgendjemand Swagger schon mal gehört? Sehr gut. Das ist zum Beispiel eine Community-Erweiterung. Das heißt, die wird nicht vom Drop Wizard Core Team entwickelt, sondern wird aus der Community gepflegt, was dann aber einfach eine Swagger-UI anbietet für alle Ressourcen, die in der Anwendung verfügbar sind. Und hier wird dann noch das Greet-Command, das wir auch gerade eben auf den Slides schon gesehen haben, hinzugefügt. Das ist auch alles, was das macht. In der Run-Methode passieren jetzt diverse Initialisierungen, die eigentlich nicht so interessant sind. Es wird der In-Memory-Store, unsere NoSQL-Lösung, initialisiert und als Managed Bean eingebunden. Das heißt, er wird dann tatsächlich auch in Anführungszeichen hochgefahren und runtergefahren, wenn die Anwendung hoch und runterfährt. Es werden zwei Ressourcen registriert, die Ping-Resource, die erstaunlich wenig macht und die Kitten-Resource, weil alle mögen Kätzchen. Das sehen wir dann auch gleich noch live und in Farbe. Und es gibt zwei Health-Checks, die wir vorhin schon gesehen haben und zwei Tasks. Und es wird ein Kätzchen schon mal initialisiert und in den NoSQL-Store, also in unseren In-Memory-Store gepackt. So weit, so gut. Ich führe das jetzt gerade mal kurz aus, wie sich es gehört. Habe ich das vorhin hoffentlich schon gemacht. Kann es jetzt einfach ausführen. Gradle ist ein Build-System für die JVM, nur für den Fall, dass ihr es nicht kennt. Sowas wie Ant oder Maven im Prinzip. So, die Anwendung ist gestartet und hat schon einiges ausgegeben. Typischerweise normale Status-Meldungen, die halt so vorkommen, wenn eine Anwendung gestartet wird. Zum Beispiel, dass das Asset-Bundle registriert wurde und unter welchen Pfaden die Bilder jetzt zum Beispiel verfügbar sind. Ganz wichtig auch für jeden Service ein ASCII-Art-Banner. Ich hoffe, man erkennt es auf dem Beamer. Es gibt aus, welche Ressourcen von unseren Resource-Klassen angeboten werden und welche Methoden die unterstützen. Das ist ganz nett so als Übersicht, ob das jetzt unglaublich viele sind oder ob ich vielleicht ein paar vergessen habe zu registrieren. Und es gibt an, welche Admin-Endpunkte vorhanden sind. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel der Echo-Task, der wieder angegeben wurde. Genau. Soweit, so gut. und da wir ja Swagger haben in dieser Anwendung probieren wir es mal. Juhu. Also, das ist Swagger UI, das ist einfach dazu da, dass man ja, ein Dark Team wäre vielleicht gut. Dafür sind jetzt alle wieder wach. Das einfach dazu da ist, um die Ressourcen anwenderfreundlich mal anzuzeigen. Zum Beispiel hier unsere Ping-Ressource. Das ist Ping-Pong. Ganz simpel. Ruft jetzt einfach nur mit dem HTTP-Werb get diese Ressource auf. Hier kriegt das freundlicherweise direkt als Kommandozeilen Kommando gezeigt, wie das aussehen müsste, wenn ich das mit Curl mache. Kriegt gezeigt, was die Request-URL war, also wo das aufgerufen wurde. Kriegt dann Response-Body gezeigt. In dem Fall ist es eine ganz einfache Antwort im JSON-Format mit der Message, die Pong heißt, den Response-Code und die Response-Header. Soweit so unspannend. Ich kann ganz kurz die Ping-Ressource zeigen. Das ist im Wesentlichen das, was wir vorhin gesehen haben. Hier ist in den Slides Echo-Ressource, macht aber im Wesentlichen das Gleiche. Es sagt einfach nur, es ist unter dem Pfad slash ping verfügbar und mit einer Get-Methode und einem Parameter namens Message kriege ich dann eine Antwort, zum Beispiel hier jetzt ein Pong-Objekt, das serialisiert wird, zurückgeliefert. Es gibt hier noch eine Default-Value, die heißt Pong. Das heißt, wenn gar nichts mitkommt, dann kommt Pong raus. Das heißt, wenn ich hier jetzt den voreingestellten Wert lösche, kommt trotzdem Pong zurück. wenn ich Hallo, Juk Karlsruhe schreibe, dann kommt das auch zurück. Soweit, so einfach. Genau. Dann zu der vielleicht etwas interessanteren Kitten-Resource, die auch unseren In-Memory-Store benutzt. will ich jetzt auch gar nicht im Detail darauf eingehen. Das ist im Prinzip eine Ressource, die normale Code-Operation, also anlegen, lesen und in dem Fall löschen von Einträgen in der Datenbank erlaubt. Ist, glaube ich, ganz gut überschaubar. Das Einzige, was ein bisschen mehr Code ist, ist hier das Handling von einem bestimmten Attribut. Aber das könnt ihr prinzipiell ignorieren, das ist nur, damit dann nachher tatsächlich Bildchen angezeigt werden. Ja, bitte. Die Admetert, die hat nur angezeigt, wie oft eine Ressource aufgerufen wird und im Prinzip die Rate, in der sie aufgerufen wurde. Und das eben über eine Minute, fünf Minuten, 15 Minuten zum Beispiel. Timed macht ein bisschen mehr. Das gibt dann auch noch an, was die Standardabweichung bei den Aufrufen ist. Mittelwert und so weiter, also normale Histogrammwerte noch dazu. Die Frage ist, ob ich von außen angeben kann, ob ich Metriken erstellt haben will für gewisse Methoden. Andro ist ja. Man kann sich da auch was basteln mit AOP zum Beispiel, also mit AspectJ zum Beispiel, aber wie du es halt immer basteln kannst. Out of the Box angeboten wird es aber nicht. Da muss dann tatsächlich diese Annotation mit dran. Gut, dann schauen wir uns das mal kurz an. Ping-Pong kann zu, Kittens kommen her. So, in dem Fall wird jetzt einfach nur die Katze zurückgeliefert, die beim Starten der Anwendung angelegt wurde. Das war das, was in der Run-Methode stand, damit überhaupt das drinsteht, damit da nicht jetzt erstmal eine leere Antwort zurückkommt. So weit, so gut. Ich kann Kätzchen ganz normal anlegen. Swagger ist so freundlich und macht mir hier Ist das eigentlich lesbar, oder soll ich es ein bisschen größer machen? Machen wir ein bisschen, hoffentlich. Genau, Type, Qt, Image Path, lasse ich auch mal weg. Das ist das, was dann mit diesem etwas größeren Codestück gemacht wird. Leg das an und ich kriege zurück Unable to process Jason. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sollte ich noch die ID angeben. Cute. Oh nein, komm mal. Dankeschön. Und okay, jetzt 201 wurde angelegt, ist da. Wir gucken uns gerade parallel nochmal ganz schnell den Code an. Das ist eigentlich nur das hier. Dieser komplette Teil sorgt eigentlich nur dafür, dass wenn ich das Image nicht angegeben habe, das dann automatisch aus dem Namen der Katze der Pfad erzeugt wird. Convenience. Genau, das fügt das hinzu. Hier das GetAll Kits liefert einfach nur alle zurück. Hier auch Typisierung von der Methode ganz normal. Das Kätzchen, ich kann das auch mal ganz kurz zeigen, die Klasse, ist im Prinzip ein ganz normales Java Bean. Die Annotationen da oben sorgen dafür, dass Hashcode, Equals und so weiter automatisch erzeugt werden. Also, dass da nicht der ganze Bildschirm voll mit Boilerplate-Code ist. Das ist allerdings jetzt nicht Jobresort spezifisch. Hier sehen wir, dass einfach nur die Katze eine ID hat, einen Namen, einen Typ und ein Bild, der aber auch nullable, also sprich nicht vorhanden sein kann. Alles andere muss vorhanden sein. Also die ID muss zum Beispiel größer als 0 sein, der Name darf nicht leer sein und der Typ muss überhaupt auch angegeben sein und muss einem Wert aus diesem idam entsprechen. Also entweder cute, fluffy oder grumpy. So, das können natürlich auch mal grumpy cat nehmen. Also das ist jetzt ein Beispiel. Natürlich ist da der Fantasie, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was das machen kann. Das ist jetzt einfach nur als Demo-Anwendung, die hoffentlich relativ schnell erklärt werden kann. So, die haben wir auch angelegt und wenn wir jetzt hier oben noch mal eine Liste aller Kätzchen anzeigen lassen, dann sehen wir auch, dass die da sind. So, dann gibt es die Kindsressource, um zum Beispiel eine einzelne Katze anzuzeigen. Garfield hatte ich gerade angelegt, der müsste hoffentlich auch zurückgeliefert werden. Jawohl, wird er. Was das macht, ist auch einfach nur aus dem Store was holen. Wenn es da ist, wird es angezeigt und wenn es nicht da ist, dann wird eine Antwort 404 erzeugt. Kennt jeder die Optional-Klasse von Java 8? Ganz kurz, wer kennt sie nicht? Sehr gut. Also, in dem Fall vollständige Integration mit Java 8. Das könnte in dem Fall auch ein Optional von Guava sein, wird auch unterstützt. Das ist dann der Teil, wo Jobvisit einfach die ganzen Bibliotheken, die es eh schon mitbringt, ziemlich gut integriert. Genau. Und dann hätten wir hier noch was weiteres, was vielleicht eher interessant ist. Ja. Das ist Jobvisit. Da wird speziell ein Filter beziehungsweise ein Parameter Provider bereitgestellt, der das anbietet. In dem Fall könnte das Optional auch als Parameter übergeben werden. Dann muss man sich da nicht drum kümmern, ob ein Wert zum Beispiel null werden könnte, der vom Benutzer reingegeben werden sollte oder kann. Also das wird an allen möglichen Stellen unterstützt, zum Beispiel auch bei Hibernate. Da werden die entsprechenden Integrationen mitgeladen, bei Jackson generell und bei JDBI zum Beispiel. Die Antwort ist, also die Frage ist, Jobvisit bringt viele Bibliotheken mit, ob ich dann auch steuern kann, welche Version da reingezogen wird, transitiv zum Beispiel durch Maven oder durch Gradle oder durch was auch immer. Die Antwort ist, du kannst das machen, die Chance ist aber gut, dass dann irgendwas kaputt geht. Es gibt ein BOM, also eine Bill of Materials von Jobvisit, die du einbinden kannst, ähnlich wie bei Springs zum Beispiel das gibt, damit die Versionen von den Bibliotheken auch stimmen. In der Regel, wenn du Patch-Versionen davon abweichst, geht das schon noch gut. Jetzt Hibernate 5 durch Hibernate 4 auszutauschen, geht halt weniger gut. Das ist alles verhältnismäßig gut aufgeteilt in verschiedene Jobvisit, Artefakte, die man reinziehen kann. Also, wenn ich Jobvisit jetzt in der Grundausstattung in Anführungszeichen benutzen will, ohne Hibernate oder irgendwas anderes, kann ich das machen. Sobald ich Hibernate benutzen will, kann ich eine Abhängigkeit namens Jobvisit Hibernate reinziehen, die dann alles mitbringt, zum Beispiel Healthchecks und so weiter. Kann man vergleichen, ja. Nur wenige Annotationen. Also in der Regel würdest du dann ein Jobvisit Bundle in der Initialize-Methode registrieren. Bei Spring Boot würdest du dann halt irgendwie with bla 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 annotieren an deine Hauptklasse. So. Noch weitere Fragen bis dahin? Du meinst zum Beispiel diese hier, ne? Genau, aber jetzt hast du gesagt, standmäßig sind Nationale und da gibt es noch die Null-Ville. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt Hibernate ORM, das ist das, was sich der objektrelationale Mapper von Hibernate, es gibt aber auch Hibernate Validator, das ist ein anderes Projekt, das einfach so ein Java-X-Validation Provider bereitstellt. Den kann man gesondert davon benutzen. So, und diese, ganz kurz, und diese Null-Able zum Beispiel, das ist eine Standard-Annotation, also die ist in JSA pro Schlag mich tot definiert und das Einzige, was hier, ne, die sind alle ganz normal definiert, sehe ich gerade. Also not blank zum Beispiel, was in der Konfiguration kurz drin stand, das ist eine, die spezifisch für Hibernate Validator ist, alle anderen hier sind im Prinzip in dem Java-Standard mit drin. Ne, das ist startmäßig normal, das ist deswegen die Mutable, das hier, das, die Get-ID meintest du auch, oder meintest du auch, die wäre startmäßig normal? Dachte ich, hatte ich mich aber geert. Also die muss in dem Fall tatsächlich angegeben sein und auch größer als Null sein. Ne, aber wo ist die das noch nicht? Okay, das ist jetzt eine, ja, Detail von den Validation-Geschichten. Das darf nicht Null sein, weil ein primitiver Wert schlicht und ergreifend nicht Null sein kann. Würde da jetzt Groß-Integer stehen, dann könnte es auch Null sein zum Beispiel. Dann könnte ich aber auch zwei Annotationen hinschreiben, nämlich einmal, dass es mindestens Null sein muss und Not Null zum Beispiel. Oder dass es Nullable ist. In dem Fall habe ich jetzt an allem das hingeschrieben, einfach der Vollständigkeit halber. Ich könnte das Nullable da unten auch weglassen, damit es trotzdem funktionieren. Okay, noch weitere Fragen bis dahin? Sehr gut. Genau, dann noch das Letzte. Auch das ist jetzt schön, dass es zusammenspielt von zum einen JAX-RS und zum anderen den Integrationen, die Jobvisit von Haus aus mitbringt. Ich kann mit JAX-RS Methoden anbieten, die mehrere Content-Types haben, also die dann verschiedene Formate zurückliefern können. In dem Fall wird jetzt zum einen Application-JSON angeboten und zum anderen HTML. Je nachdem, mit welchen Request-Headern ich die Ressource aufrufe. Deswegen, hier unten als Beispiel, also hier haben wir gesehen, das ist ein ganz normaler Getter für die Kittens. Das gleiche kann ich hier im Prinzip auch machen. Ich glaube, Grumpy hatte ich noch, oder? Ja, genau. Da wird es einfach als JSON zurückgeliefert. Hier, weil der Accept-Header JSON ist. Und wenn ich das jetzt im Browser aufrufe, dann kriege ich tatsächlich was zurückgeliefert. Genau. Ja, das sind meine großartigen Web-Design-Skills, die hier zum Tragen kommen. Danke. Genau. Das einfach nur so als Hinweis, was man machen kann. Das heißt, man muss dann auch nicht für verschiedene Konsumenten, also zum Beispiel irgendwelche Skripte, die vielleicht lieber JSON oder XML konsumieren und halt der Benutzer, der an einem Browser sitzt und vielleicht lieber eine HTML-Seite sieht, anstatt irgendwelche trockenen Datenstrukturen, kann man das auch unter der gleichen Adresse, unter der gleichen Ressource verfügbar machen. Das einfach nur so als Hinweis. die Integration damit kommt in dem Fall von Job Wizard. Per se ist das mit JAX-IS generell möglich, muss aber dann natürlich auch noch entsprechend entwickelt werden, was Job Wizard einem abnimmt. So. Jetzt spicke ich mal ganz kurz auf mein Run-Skript. Das haben wir alles schon. Genau. Genau, genau, genau. So. Dann hatte ich schon das Admin im Backend erwähnt. Das zeige ich jetzt auch mal ganz kurz. und dann ist eigentlich auch schon fertig. Also, keine Angst, ihr kommt dann alle noch zum Essen. In dem Fall habe ich das auf dem gleichen Listener laufen. Normalerweise, wie gesagt, würde das auf einem anderen Port laufen. In dem Fall habe ich es jetzt der Einfachheit halber unter Slash-Admin verfügbar gemacht. So. Das sieht jetzt erstmal relativ trocken aus und wenn es größer ist, seht ihr es sogar. Sehr gut. Also, das sind jetzt erstmal die Sachen, die per Default drin sind. Also zum Beispiel die Metriken von der gesamten Anwendung. Das sieht dann so aus. In dem Fall auch relativ trocken. Das ist jetzt einfach eine Darstellung als JSON von den ganzen Metriken. Ich scroll da jetzt einfach nur mal drüber, damit überhaupt mal klar wird, wie viele für so eine einfache Anwendung auch schon angelegt werden. Voll automatisch wohlgemerkt. Das hier zum Beispiel hier zum Beispiel. Die Frage war ja vorhin, was die Admetert-Annotation unterscheidet von der Adtimed. Ich glaube, hier irgendwie war die Frage. Da war die Frage. Entschuldigung. Bei dem Metert wurden im Prinzip nur die minütlichen Raten angegeben, die durchschnittliche Rate und die Anzahl der Aufrufe. Hier jetzt zum Beispiel, das ist die Adtimed-Annotation. Da wird wesentlich mehr angegeben, zum Beispiel, wie lang die Ressource maximal gebraucht hat, um die Antwort auszuliefern, wie viel sie durchschnittlich gebraucht hat, was die minimale Zeit war, um es auszuliefern, dann noch diverse Percentile langs gedauert hat. Also hier jetzt zum Beispiel 99,9% der Aufrufe wurden innerhalb von 0,01 Sekunden ausgeliefert. Ist okay dafür, dass es auf Localhost läuft. Genau, also das kommt alles automatisch mit. Also hier zum Beispiel diese Metriken allein schon durch Anbringen von der Adtimed-Annotation an der Methode. Da können die Leute Spaß haben und viele bunte Bildchen daraus generieren. Es gibt per Default eine Ping-Ressource, die zugegebenermaßen ein bisschen unnütz ist, denn sie gibt einfach Pong zurück, womit man halt ganz simpel prüfen kann, ob der Service überhaupt da ist. Es gibt die Health Checks, die ich vorhin schon kurz gezeigt habe. In dem Fall ist alles okay. Und es gibt noch hier, was vielleicht für den Betrieb ab und zu mal ganz nützlich ist, ein Thread-Dump von der gesamten Anwendung. Also ich sehe jetzt tatsächlich alle Threads, die in der Anwendung laufen und in welchem Zustand die sich befinden. Wenn hier irgendwelche Operations-Leute sind, das ist für euch. So, genau. Und dann dann einfach nur ganz kurz, um zu zeigen, wie so ein Health Check aussieht, wenn er kaputt geht, habe ich hier einen Task gebaut, der einfach nur diesen Demo-Health Check auf oh Gott, oh Gott, alles ist kaputt stellt. Das führe ich jetzt einfach mal kurz aus. Also das Kleine, was ihr nicht seht, das ist einfach Ausführen von dem Kommando. Wenn ich das jetzt aufrufe, dann sagt er, oh Gott, healthy is false, everything is on fire und der Rückgabewert von der Ressource ist 500. Das heißt, das lässt sich alles relativ gut in eigentlich alle denkbaren Monitoring-Systeme einbinden, die entweder nur den HTTP-Response-Code auswerten oder auch etwas mehr machen können, wie zum Beispiel anzeigen, welcher Health Check jetzt konkret kaputt ist. Ich kann in der Message, die zurückkommt, dann auch noch Details angeben. In dem Fall ist es jetzt eher minimal. Aber gut, soll für die Demo reichen. Ja, bitte? Ich muss mal ganz kurz zum Verständnis, die Health Check-Ressource, wenn die auf den unterschiedlichen Listern läuft, blockiert die Hauptanwendung oder nicht? Nein, die würde nur den Admin-Listern blockieren. Wenn es auf beiden auf den gleichen Listern läuft, dann würde sie die Anwendung blockieren? Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Ich weiß es nicht genau. Es sind zwei Händler in Jetty definiert. Es kommt darauf an, wie Jetty das dann handelt. Es kann auch sein, dass nur der eine Händler dann blockiert. Ja, genau. Also es wird halt ein Thread aus dem Beispiel, ob wir eine Anwendung haben. Naja, das hält mir gleich. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Die Health Checks sollten, wenn möglich, keine Ressourcen leaken. Pro Tipp, nicht, dass mir das mal passiert wäre, aber wenn bei jedem Health Check eine neue Datenbankverbindung aufgemacht wird und nie wieder geschlossen, ist das ganz schlecht. Dann ist nämlich der ganze Service im Eimer. Nur so als Hinweis. Macht natürlich niemand. Okay. So, das Command haben wir vorhin kurz schon in den Slides gesehen. Deswegen bin ich mit der Demo jetzt am Ende und gibt noch ein paar Slides. Gibt es noch Fragen zu der Demo? Wo genau? Die Frage ist, ob in der HTML-View finde ich es noch? Die Frage ist, ob es sich auch für echte Web-Anwendungen mit Customer-Facing HTML-Seiten zum Beispiel eignet. Ja, allerdings eingeschränkt. Also der primäre Einsatzzweck ist tatsächlich Backend-Services für Job Wizard. Aber, wie gesagt, es werden zwei Template-Engines out of the box unterstützt. Das ist Mustache. Das ist, wenn jemand Handlebars im JavaScript-Umfeld kennt, das ist demnach empfunden. Und es gibt FreeMarker. Auch schon eine relativ abgehangene Bibliothek im Java-Umfeld. Ich glaube, von der Community gibt es noch andere. Also Timely wird, glaube ich, von der Community-Extension angeboten. Kann man machen, ist aber nicht primär dafür gebaut. Also du wirst mit anderen Lösungen wahrscheinlich glücklicher. So, die Erweiterung habe ich gerade schon genannt. Es gibt ein kleines Verzeichnis unter modulesjobwizard.io. Es gibt fünf offizielle Erweiterungen. Offiziell heißt in dem Fall, dass es von Job Wizard-Maintainern selbst, dass sie selbst gepflegt werden, aber nicht innerhalb von einem Core-Repository. Das heißt, bei den Offiziellen ist die Chance relativ gut, dass sie auch immer mit der neuesten Version von Job Wizard funktionieren. Beziehungsweise sie funktionieren auch einfach mit der neuesten Version von Job Wizard. Bei den Community-Gepflegten ist es, ja, hinken sie immer so ein bisschen hinterher, aber normalerweise so vier Wochen nach Release spätestens, dann laufen auch alle wichtigen Erweiterungen mit der aktuellen Version von Job Wizard. So eine Erweiterung ist zum Beispiel Einbindung von Spring, Einbindung von Juice, Einbindung von Swagger, wie wir es gerade gesehen haben, Anbindung von der Hystrix-Bibliothek für schöne Resilience-Funktionalität. Also da gibt es relativ viele und auch recht gut gepflegte und die Qualität ist da auch recht akzeptabel, muss ich sagen. Dann, wer benutzt eigentlich Job Wizard? Ist ja immer die Frage, bin ich dann der Einzige, der das Ding einsetzt oder gibt es dann vielleicht noch andere zwei, drei Leute, die das machen? Also bei Uber wird es eingesetzt für ein paar Analytics-Services, die bei denen im Hintergrund laufen. Bei Yammer wird es eingesetzt. Palantir, wenn ihr das kennt, die machen auch so privatisierte NSA im Prinzip. Airbnb setzt ein, Sky, also das Fernsehsender-Konglomerat Sky setzt es ein, Genie setzt es ein, also wenn ihr irgendwie eine Mobile Banking-App habt und Rechnungen abfotografiert, damit die überwiesen werden, das ist normalerweise in 95% der Fälle ist das Genie und deren Backend ist auch komplett in Job Wizard geschrieben und es gibt natürlich eine Liste im Job Wizard-Wiki, wo ihr euch dann auch eintragen könnt, wenn ihr euch entschließt, das zu benutzen. So, die liebe Verwandtschaft, jetzt wird sich der ein oder andere gedacht haben, haha, kenne ich doch, nennt sich Spring Boot. Ja, aber Spring Boot gibt es seit, ich glaube, Anfang 2014. Macht auch keinen Held draus, dass sie sich von Job Wizard haben inspirieren lassen, also man muss dann sagen, Imitation ist die größte, na, egal. Genau, Boutique ist ein Framework, das ist ähnlich aufgebaut wie Job Wizard, benutzt also nicht Spring DI intern, ist ähnlich, bietet nicht ganz so viele Erweiterungen, wird aber auch ganz gut gepflegt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sonst noch einsetzen, aber sah ganz nett aus. Das sind so die Sachen, die am ähnlichsten sind zu Job Wizard, natürlich gibt es noch einen Haufen anderer Webframeworks in Java oder Node.js oder was auch immer. Ja, bitte. Also die Frage ist, ob Job Wizard sich in Richtung Spring Boot weiterentwickelt, was viel mehr anbietet, außer nur Web Services und eben auch einen Haufen anderer Integrationen, zum Beispiel mit Camel, dann jeweils über die entsprechende Spring Abstraktion, die Antwort ist erstmal nein. Einfach aus dem Grund, Job Wizard ist recht simpel, man kann es innerhalb von einem halben Tag recht gut lernen, wenn man Vorerfahrungen mit JAX-IS und den anderen Frameworks hat, vielleicht sogar noch viel schneller. Es gibt recht wenig Magic, was beim Debuggen sehr nützlich ist. Also man kann tatsächlich Step-by-Step durchgehen, ohne 500 Zeilen Stacktrace zu haben. Es hat seine Nische im Prinzip gefunden, also Web Services, die recht schnell hochgezogen werden können und schöne Charakteristiken im Betrieb haben und es gibt jetzt nicht so viele Mantainer. Also wir sind fünf Leute, sechs Leute, die das mehr oder weniger in der Freizeit weiterentwickeln und pflegen und da ist schlicht und ergreifend nicht die Manpower da, da jetzt irgendwie Riesensprünge zu machen und ich finde das tatsächlich auch besser. Also für mich ist Job Wizard halt wirklich geeignet, wenn ich einen kleinen Webservice bauen will, der recht schnell fertig ist, der dann auch recht schnell deployed werden kann. Also es läuft problemlos auf Amazon Elastic Beanstalk zum Beispiel oder auf Heroku, da kann ich das deployen, da muss ich mich auch nicht um Server kümmern. Läuft natürlich auch in Docker-Containern, bingo. Also das ist kein Problem. Spring Boot fand ich immer so ein bisschen schwierig, den Einstieg zu finden, weil einfach die Auswahl so groß ist. Also ich kann mich entscheiden, möchte ich Spring MVC oder möchte ich JAX-RS benutzen? Möchte ich Tomcat benutzen? Möchte ich Jetty benutzen? Oder möchte ich Undertow benutzen? Also einfach die schiere Auswahl, die ich da habe, kann in manchen Fällen einfach lebend wirken und bei Job Wizard weiß ich dann einfach A, was drin ist. Ich muss mich nicht drum kümmern, was für ein Logging-Framework und was für ein Surflet-Container da läuft und bin dann einfach schneller fertig in dem Punkt. Ja, bitte. Die Frage ist, kann ich mit Job Wizard auch ein VAR auswerfen lassen und dann in einem anderen Surflet-Container deployen, der jetzt nicht Jetty ist zum Beispiel oder irgendwo anders? Die Antwort ist out of the box nicht. Es gibt eine Community-Erweiterung, die das möglich macht, die dann halt die Application-Klasse entsprechend abändert, dass da eine Web-Anwendung rausfällt, die auch in einem anderen Surflet-Container deployed werden kann. Offiziell wird es nicht unterstützt. Also die Value-Proposition ist halt, du kriegst ein Überjar mit allen Abhängigkeiten, kannst das in irgendein Repository packen, wo man es dann deployed auf den Server und einfach ausführen. Es muss kein Surflet-Container laufen, es muss im Prinzip einfach nur eine JVM installiert sein. Also das ist die Value-Proposition von DropWizard. Gerade an der Stelle, Anne? Ja? Ja, also DropWizard macht Hibernate. Ist es dann nackiges Hibernate oder JVA-Hbernate? Es ist nackiges Hibernate an dem Punkt. Ich glaube, es gibt auch eine Erweiterung, die das dann noch entsprechend, also eine Community-Erweiterung, die das dann noch ein bisschen mehr ausführt, aber out of the box ist es erstmal nur das hohe Hibernate. Du musst auch kein Hibernate benutzen, kannst auch MongoDB zum Beispiel benutzen, wenn dir deine Daten nichts wert sind, also geht alles. Genau, so, das ist auch schon das Ende. Das bin ich. Die Slides lädt der Flo dann bestimmt hoch, wenn ich sie ihm gebe, da die typischen Kontaktdaten, Twitter-Git-Hub und die anderen Facebook-Klone. Wenn er das Symbol sieht, das bin meistens ich. Also, glaube ich bin der Einzige, der das, egal. So, wir hatten schon viele Fragen während des Vortrags. Gibt es jetzt noch welche? Es gibt einen Maven. Also die Frage ist, wie man denn von Null auf ein Grundprojekt kommt, also damit ich nicht das POM zum Beispiel selber schreiben muss und nicht die Application-Klasse selber einfach runterschreiben muss, das Skelett. Die Antwort ist, es gibt einen Maven Archetype, mit dem man das machen kann. Andere Code-Generatoren, die so das Grundgerüst aufstellen, sind mir jetzt gerade nicht bekannt, zumindest offiziell gibt es da nichts, aber vielleicht von der Community kann auch sein. Dann, okay. Ja? Was setzt der üblicherweise Security-technisch ein? Also da wo jetzt ein Spring Security rausfällt, um an Fehldaten, an ganzen Authentifizierungsmöglichkeiten. Zum einen, es gibt eine Spring-Integration, wo du dann halt Spring Security auch noch anflanschen kannst und das würde dann funktionieren. Also die Frage war, was man denn so an Security für Authentication und Autorisierung benutzen kann. Du kannst ein bisschen Aufwand Spring Security tatsächlich benutzen, wenn das zu schwergewichtig ist, was vielleicht bei den meisten Job-Visor-Services dann auch der Fall ist. Es gibt eine Integration mit Apache Shiro in den Community-Modules und ich glaube, Keycloak habe ich auch schon gesehen. Also es gibt eine Integration mit JBoss Keycloak, was dann so komplettes User-Management und alles mitliefert. Ja? Hört sich alles so ein bisschen an, als wäre es halt wirklich für kleine Services. Ich dachte, hätte es mir das zu jetzt selbst auch empfehlen, sobald ich ein bisschen größer bin, sobald ich eine Security-Anforderung habe und dann doch vielleicht für gut oder? Also die Frage war, ob Dropisat jetzt nur für kleine oder kleinste Services geeignet ist? Micro-Services? Nano-Services? Nee, Nano-Services, das ist ein geschützter Ort. Na, egal. Jein. Also kommt drauf ein, was du mit groß meinst. Erstmal, ja, es ist tatsächlich für eher übersichtliche Code-Bases gedacht. Ich weiß nicht, ob du heutzutage noch so viele riesige monoritische Anwendungen bauen willst. Falls du das willst, geht das natürlich mit Drop Wizard. Die einzelnen Bestandteile, wie jetzt zum Beispiel OR-Mapper und Security und sowas, dafür gibt es Module, die lassen sich ziemlich leicht einbinden und die funktionieren dann auch out of the, also funktionieren, sobald sie eingebunden wurden, auch recht gut. Das Ding ist halt, du kannst praktisch durch den Supermarkt gehen und dir aussuchen, was du willst und kriegst nicht irgendwie erstmal so einen Procken geliefert. Ja, also es lässt sich auch, es lassen sich auch große Anwendungen damit bauen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob es da bessere Lösungen gibt. Musst du selbst entscheiden. Also gerade jetzt zum Beispiel Dependency Injection, da brauchst du kein Spring, da gibt es auch ein Modul für Juice und out of the box, eher unfreiwillig, kommt HK2 mit. Das ist ein Dependency Injection Framework, das im Rahmen vom Glasfisch Projekt erstellt wurde, was Jersey selbst benutzt. Das kommt praktisch schon mit mit Drop Wizard und das kannst du auch benutzen, das reicht für einfache Fälle aus. Noch Fragen? Ja. Die Frage ist, ob sich die Nutzung von Drop Wizard erhöht hat. nachdem Spring Boot rausgekommen ist, so wie ich es verstanden habe. Ich weiß es nicht. Man könnte das wahrscheinlich von Maven Central die Download-Statistiken sich angucken, aber die sind meiner Meinung nach ein Bullshit-Wert. Ein amoklaufender CI-Server und ich habe halt sehr, sehr viele Downloads. Genauso wie zum Beispiel Fragen auf Stack Overflow, was so typischerweise noch als Metrik benutzt wird. Spring Boot sagt offiziell, unser Support Channel ist Stack Overflow, deswegen gibt es da auch mehr Fragen zu. Bei Drop Wizard gibt es eine Mailing-Liste. Und alles ist einfach, das heißt, du musst auch gar keine Fragen stellen, weil alles so klar ist, dass du sofort fertig bist mit deiner Anwendung. Sie schreibt sich von alleine die Anwendung, genau. Es ist derzeit, naja, man könnte sagen, es ist Feature-Complete. Es gibt natürlich immer Sachen, die nett wären, sie zu haben. Also irgendwie einfacheres Deployment in irgendwelchen Cloud-Services oder Anbindung von der letzten NoSQL-Datenbank oder irgendwie sowas. Das meiste davon kann als Extension gebaut werden. Das heißt, das ist dann, wenn die Community meint, sie braucht das, dann kann das jemand bauen. Wenn das ganz viele Leute benutzen, dann ziehen wir das vielleicht auch in die offizielle Organisation mit rein und pflegen das dann eben zusammen mit dem Drop Wizard Core mit. Ansonsten, Drop Wizard 1.1, wie gesagt, wahrscheinlich Ende Januar, Februar rum, was im Wesentlichen aber ein Maintenance-Update ist. Also aktuelle Versionen reinziehen von Hibernate zum Beispiel. Da dann die Anpassungen machen, sorgen dafür, dass es dann auch alles wirklich rund miteinander läuft. Das sind so die Sachen im Moment. Für Drop Wizard 2.0 gibt es derzeit ehrlicherweise noch gar keine Pläne. Also Version 1.0 wurde auch erst letztes Jahr veröffentlicht, also mehr als fünf Jahre, nachdem es dann auch wirklich das erste Release gab. Von daher nicht von der Versionsnummer täuschen lassen. Wenn ihr Feature Requests habt auf GitHub, einfach eine Issue erstellen. Wenn das sinnvoll ist, dann bauen wir das. Wenn nicht und sich es als Community Extension bauen lässt, dann supporten wir das auch. Und es gibt natürlich das Modules Verzeichnis, wo man das dann schön auflisten kann, damit andere Leute das auch finden. Ja? Nein? Vielleicht? Gut. Wenn das alle Fragen waren, dann hier noch ein paar weiterführende Quellen. Das ist, könnt ihr euch dann anschauen, wenn die Slides oben sind. Und wen es interessiert, woher der Name kommt, der kann sich dann den Comic, der sich dahinter versteckt, angucken. Und das war's. Vielen Dank.